Dies ist Adam. Adam war verloren und in mehr als einem Sinne des Wortes. Sein ganzes Leben hatte er selbstverständlich für die Natur. Nun war er Kopfstecker in dem Ort, der nie seinen Platz in Adams. Nun war es an den Kopf gekommen, in seiner. Adam ging, versuchte, auf seinen Weg zu finden, wen er passiert, eine Schlange. Hallo? Adam. Du kennst meinen Namen? Denn ich weiß, Adam, sie Schulden. Eine Schuld der Natur. Eine Schuld? Ich habe keine Zeit dafür. Muss ich zu Hause einen Weg finden. Und hieraus muss mich von euch zu hören. Sehr weiss ich da. Was willst du von mir? Sie tun müssen drei Aufgaben kompletter. Präsentier ich ihnen. Anderfalls wäre hier fürren in ihnen ständiger Präsenz. Adam schaut auf die Schlange mit einem starren Unsicher. Adam war misstrau sich gegenüber der Schlange. Er hatte keine andere Wahl, obwohl sie hören, wen er wollte, nie wieder zu sehen, sein Zuhause. Ihre erste Aufgabe ist, finde mich die größte und magstige Baum in diesem Wald und zeigen sie es mir. Dies ist der einzige Weg, dass sie Natur sehen, die wahre Schönheit und stolzen es. Ich habe keine Wahl. Ich akzeptiere. Ich habe es gezeichnet. Adam hat den Wald hoch und niedrig, aber nicht finden können, was die von ihm schlange gefragt. Er erkannte nicht, dass das war erschütter, war näher aus er dachte. Er erkannte nicht, dass das war erschütter, war näher aus er dachte. Adam zeigt den Baum um die Schlange. Die Schlange kann mit. Der nächste Aufgabe ist, tief im Wald gibt es ein Nest. In diesem Nest ist ein Ei. Müssen Sie es speichern. Speichern Sie es? Es gibt eine andere Schlange, sehr Böse. Sie will Ei zu essen, weil es wird gesagt. Wald enthalten einer Magd, die größer als das Ganze. Sie müssen sehen, den wird in allen Lebensbereichen, auch diese einsame Ei. Ich akzeptiere. Ich akzeptiere. Adam findet das Nest. Erstaunt darüber, wie schön es ist. Die Magd hat, als du wissen, wie wertvoll sie wirklich ist. Hier ist dein Ei. Sag mir die letzte Aufgabe. Sehr gut. Das andere Schlange werde terroristieren in diesem Wald. Und es muss ein Ende haben. Ihre Aufgabe ist, diese Schlange zu töten. Ich werde es nicht tun. Sie versuchen, Lärmik den Wert des Lebens, und du musst mich töten etwas Lebendiges? Diese Wald kann niemals Frieden geben an. Warum die Schlange ist noch an mir da? Die Aufgabe war komplett. Schlange war die Toten. Adam wollte nichts mehr als zu Hause, so sei denn in diesem Moment. Wo ist das Ei? Ich aß es. Was ist zu speichern? Dem Kopf. Das war mein Mittagessen. Und dieser Baum fand ich für dich? Was war das denn? Mein neues Reich. So bin ich die Schlange getötet. Das war der Einzige. Was hindert sie daran über diese? Genau. Du hast mich benutzt. Ich weiß nicht für einmal für Notik. Alles was ich will ist einen Weg hier raus. Sie haben wirklich nichts gelernt. Das ist ihr Heimat. Der Planet ist dein Haus. Du bist der Einzige. Stoppen sie sich verlassen. Und du benutzt es zu ihrem Vorteil. Huh. Einige sind sie König. Ich gehe weg. Ich freue mich auf das nächste Mal. Dasmerce meine Tref. Ich bin mit. Mit ihr habt. Aus dem Kopf. Ozun. Mein', ich freue mich aufs geht's. Schlaf. Gut.